Hallo und herzlich willkommen zu Muss ich haben. Der Black Friday war zwar bereits gestern, aber dafür läuft noch die Cyber Monday Woche bis einschließlich Montag, den 26.11.2018. Die heutigen Schnäppchen am sechsten Tag des Cyber Monday Week haben uns echt überrascht, denn hier sind einige tolle Sachen dabei. Diese sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. In der letzten Woche hatten wir einige Playstation 4 Deals. Heute gibt es passend dazu tolle Xbox One Bundles, bei denen es sich lohnt einen Blick drauf zu werfen. Hier wäre zum Beispiel eine Xbox One S mit einer 1TB Festplatte und dem Rennspiel Forza Horizon 4 für 239,59 Euro. Falls ihr es auch hier leistungsstärker wollt, bietet Amazon die Xbox One X mit jeweils einer 1TB Festplatte und den Spielen Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 für 379 Euro. Außerdem gibt es noch weitere Bundles wie beispielsweise mit Fallout 76 und einem Xbox Game Pass. Wir verlinken euch hier alle Bundles wie immer in der Videobeschreibung. Wer hätte das gedacht? Heute hat Amazon das iPhone im Angebot. Beispielsweise gibt es das iPhone X mit 256 GB für 969 Euro. Aber selbst die neueren Modelle iPhone XS und XR könnt ihr heute vergünstigt kaufen. Für das XS werden 1053,45 Euro fällig. Und auch heute darf natürlich ein TV-Angebot nicht fehlen. Heute gibt es die Fernseher von Hisense bis zu 52% günstiger. Die Fernseher sind für kleinere Budgets sehr gut geeignet. Beispielsweise bietet Amazon ein Hisense mit einer Bildschirmdiagonale von sage und schreibe 75 Zoll, also 189 cm, mit Ultra HD und HDR Plus für gerade mal 1299,99 Euro statt 2199 Euro an. Also wenn das kein Schnäppchen ist. Den günstigsten TV gibt es für gerade mal 219,99 Euro mit Full HD und 39 Zoll. Für Ultra HD sowie HDR mit 43 Zoll werden 299,99 Euro fällig. Dazwischen gibt es natürlich noch weitere Angebote. Auch hier verlinken wir euch die Angebote in der Videobeschreibung. Zusätzlich habt ihr wieder die Möglichkeit, jeden TV in 5 bequemen Raten zu zahlen. Übrigens gibt es gerade bei MediaMarkt Fallout 76 für 29,99 Euro im Angebot. Kurz nach dem Release so ein Rabatt ist natürlich sehr krass. Was sagt ihr zu den heutigen Angeboten? Auch nach Black Friday noch gut? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Zu allen erwähnten Produkten und Deals haben wir euch die Links in die Videobeschreibung gesetzt. Die Cyber Monday Woche läuft noch bis Montag. Dazu gibt es noch 2 weitere Videos. Aber natürlich auch danach gibt es weiterhin regelmäßig neue Videos zu tollen Gadgets und Erfindungen. Abonniert unseren Kanal, um keines dieser Angebote zu verpassen und aktiviert die Glocke. Wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Hier kommt ihr noch zu den letzten Videos. Wir danken euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.